Ja, also, mein Arzt hat mir Zeroquil verschrieben. Quetiapin ist das. Und ich sag mal, das wirkt wie eine Droge. Man hat davon einen gewissen Rauschzustand. Ich nehme doch lieber Tabletten, als irgendwelche anderen Drogen mit mir immer reinzufahren. Es ist gut, wenn man von den Drogen weg will. Es ist ein gutes Medikament dafür, Quetiapin. Ich fühle mich sehr gut. Ja.